Dies ist ein nationaler Notstand. Zünder sind scharf. Das ist ein Wettlauf gegen die Nazis. Und ich weiß, was das bedeutet. Sollten die Nazis eine Bombe haben. Die haben zwölf Monate Vorsprung. 18. Woher wollen Sie das bitte wissen? Wir haben nur eine Hoffnung. Amerikas ganze Industriemacht und wissenschaftliche Innovation laufen hier zusammen. In einem Geheimlabor. Keiner darf raus, bis es vollbracht ist. Dann rekrutieren wir mal die Wissenschaftler. Bauen Sie eine Stadt, bauen Sie sie schnell. Wir bekommen die besten Wissenschaftler nur, wenn sie ihre Familie mitbringen dürfen. Wieso sollten wir mitten ins Nirgendwo ziehen? Und das für wer weiß wie lange? Wieso? Wieso? Vielleicht ja deshalb, weil es hier um das wichtigste Ereignis in der Weltgeschichte geht. Du bist ein Improvisationskünstler, aber das hier kannst du nicht im Kopf lösen. Heißt das, es besteht das Risiko, dass wir auf den Knopf drücken und die ganze Welt vernichten? Dieses Risiko liegt bei nahe zu null. Nahe zu null? Was erwarten Sie von der bloßen Theorie? Null wäre schön. Es geht um Leben und Tod. Aber ich kann dieses Wunder vollbringen. Der zweite Weltkrieg wäre vorbei. Unsere Jungs könnten nach Hause kommen. Es geschieht wirklich, oder? Die Welt wird diesen Tag nie vergessen. Unsere Arbeit wird einen Frieden sichern, den ihn die Menschheit noch nie gesehen hat. Wie sie jemand eine größere Bombe baut. Sie sind der Mann, der den Menschen die Macht gegeben hat, sich selbst zu vernichten. Und die Welt ist dafür nicht bereit. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Truman fragt, was als nächstes passiert. Zwei. Als nächstes. Eins.